Veränderung beginnt mit Neugierde, dem menschlichen Verlangen zu entdecken und zu lernen. In Entwicklungsprozessen gehen kreative, lebensverändernde Ideen oft von den Gemeinschaften, Bäuerinnen und Bauern aus, mit denen wir zusammenarbeiten. Ihre Neugierde zu fördern, ist eine weise Investition. Unser Innovation Fund sorgt dafür, dass neue Ideen wachsen dürfen. Er unterstützt damit die Eigenständigkeit der Bauern und Bäuerinnen in Richtung einer nachhaltigen Zukunft. Kleinbäuerinnen und Kleinbauern in Afrika produzieren die süßesten tropischen Früchte. Ihre Idee, diese zu trocknen und damit ihren frischen und sonnigen Geschmack zu erhalten, scheiterte am Fehlen einer geeigneten Technologie. Erst durch die Partnerschaft zwischen einem jungen afrikanischen Forscher und einem Boko-Professor konnte die Idee Wirklichkeit werden. Ambrose Osakwe und Herbert Weingartmann waren von ihrem wissenschaftlichen Ansatz überzeugt und haben nach hunderten von Arbeitsstunden im Labor und zahlreichen Feldtests mit afrikanischen Bäuerinnen und Bauern die passende Lösung entwickelt. Einen effektiven, leistbaren Solartrockner. Der Solartrockner ermöglicht es den Bauern und Bäuerinnen, ihre Früchte zu einem fairen Preis zu vermarkten. Er wird inzwischen in ganz Afrika verwendet. Das ist Mary. Sie ist eine ökologisch denkende Kleinbäuerin in Afrika. Mary hat eine Geschäftsidee, deren Verwirklichung viel zum Lebensunterhalt ihrer Familie beitragen könnte. Um dies zu tun, braucht sie fachliche und finanzielle Unterstützung. Das ist Sarah. Sie ist eine junge, passionierte Forscherin, die darin glaubt, dass Ökologie und Business sehr gut Hand in Hand gehen können. Sarah kann Mary helfen, ihre Idee auszuprobieren. Das sind Sie. Sie denken, dass es wichtig ist, Möglichkeiten für die Verwirklichung innovativer Ideen zu schaffen, die zur ökologisch nachhaltigen Entwicklung unseres Planeten beitragen? Daher unterstützen Sie die Arbeit von Mary und Sarah mit ihrer Spende. Sarah hilft Mary bei der Ausarbeitung und Einreichung eines Antrags an den Innovation Fund. Das Komitee des Innovation Funds beurteilt alle Einreichungen. Marys Idee wird ausgewählt und sie erhält einen Innovation Award, um ihr Projekt umzusetzen. Marys Projekt wird betreut und wissenschaftlich analysiert. Wenn die Idee funktioniert, dann wird sie nicht nur Marys Leben verändern, sondern kann das Leben vieler verbessern. Sollte Marys Idee nicht funktionieren, wird Sarah durch ihre Analyse Schlüsse aus dem Prozess ziehen können und diese veröffentlichen. So können wir alle aus Marys Erfahrung lernen. In beiden Fällen ist ihre Spende ein sinnvoller und unverzichtbarer Beitrag. So können wir alle aus den pourraitden. So können wir alle ausgiouen, bezeichnen? So können wir alle ausdrivenenic soberb 끝. So können wir alle ausgebildene gewichten. So können wir alle auszüben sind in diesem Gedanken, Vielen Dank.